Hallo liebe Leser, ich bin mal wieder für euch unterwegs, diesmal im Bürgergarten. Und zwar kündige ich heute wieder das neue Bild des Monats für den Monat April an. Unser Thema ist Frühlingserwachen. Ihr habt also noch Zeit, bis Montag, das ist der 23., uns euer schönstes Foto vom Frühlingserwachen zukommen zu lassen. Das geht entweder per Facebook-Nachricht oder per E-Mail an info-at-neue-woche.com. Dann habt ihr die Chance, einen 30-Euro-Gutschein vom Gartenland Vollmer zu gewinnen. Unsere Facebook-Community wird dann abstimmen wieder, welches Foto gewinnt. Und das wird dann in unserer nächsten Ausgabe am Freitag veröffentlicht. Wir wünschen uns von euch ganz viele wunderschöne Fotos, die noch mehr Lust auf Sommer und Frühling machen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein ganz schönes Wochenende. Tschüss!